Das Besondere an diesem Projekt ist, dass der gesamte Parkplatz von der Entwässerung abgekoppelt wurde. Man sieht auch auf dem Parkplatz sind keine Straßenabläufe mehr vorhanden. Der klimagerechte Parkplatz, sprich die Baumrigolen, halten das Wasser unterirdisch zurück und können dann in Trockenphasen das Wasser im Prinzip an die Bäume abgeben bzw. auch für die Grundwasserneubildung beitragen. Untertitelung des ZDF, 2020